Unser Spezialgebiet sind eigentlich Portraitfotografie, also der Mensch im Mittelpunkt. Angefangen von Schwangerschaft über neugeborene Kinder, Familien, Paarfotos, alles was mit dem Mensch zu tun hat. Gegründet haben meine Eltern das 1974, November 1974 und sind dann in den 80ern, 1980 ungefähr, Richtung den jetzigen Standort gezogen, in die Rathausgasse. Dann habe ich dort meine Ausbildung in den 90ern gemacht und am Anfang 2000 mein Meister und im Endeffekt 2013 die Übernahme des Geschäftes. Meine Eltern sind dann in Rente gegangen. Ich habe in der Kindheit schon sehr viel fotografiert, also eigentlich immer eine Kamera mitgehabt, wenn man auf Klassenfahrten war, wer ist dafür verantwortlich. Ich bin als Sohn des Fotografen, mache die Fotos und bin dann auch nach der schulischen Ausbildung, habe ich noch ein Jahr Bundeswehr gemacht und danach bin ich dann wirklich in den Beruf voll eingestiegen und habe eigentlich auch dadurch meine Berufung gefunden. Also es macht mir einfach viel Spaß mit Menschen zusammenzuarbeiten, mit den Menschen eigentlich immer im positiven Sinne zu tun zu haben, die Menschen abzulichten, nach manchmal eigenen Wünschen oder auch, Anführungsstrichen, künstlerischen Gedanken schöne Fotos zu machen und das macht besonders viel Spaß. Wichtig ist auch, dass es den Menschen Spaß macht, weil dann kriegt man auch wirklich schöne Fotos raus. Vor dem Shooting ist es so, dass wir die Kamera natürlich auf unser individuelles Licht einstellen müssen und da machen wir natürlich einen Weißabgleich auf die verschiedenen Lichtformer. Also wir haben eine große Softbox, die hat ein anderes Licht als ein Striplight oder ein gerichtetes Portraitlicht und da müssen wir natürlich einmal einen Weißabgleich auf die jeweilige Lichtfarbe des jeweiligen Lichtformers machen. Damit benutzen wir eine Graukarte, worauf wir dann mit der Kamera auf die Graukarte fotografieren, mit Blitzlicht natürlich vorausgemessen und die Kamera stellt sich dann auf diesen neutralen Grauwert einmal ein. Das muss man einfach mit dem Hauptlicht einmal machen, um ein neutrales Farbergebnis zu bekommen. Und wir fotografieren auch immer im RAW-Format, weil man dann auch nachträglich trotzdem immer noch gewisse Korruption machen kann. Aber besser ist natürlich, wenn die Farbe vorher schon steht. Also es beginnt mit der Terminabsprache, entweder persönlich schon vorher im Laden oder über E-Mail-Anfragen oder auch am liebsten natürlich auch über Telefon, weil der persönliche Kontakt, finde ich, ist da eigentlich am wichtigsten, weil man dann gleich auch gleich offene Fragen schnell und einfach klären kann. Dann einigt man sich auf einen Termin, wann es dem Kunden am besten passt. Dann kommt der Tag des Fotografierens. Da gehen wir dann wirklich ins Studio, klären vorher nochmal die einzelnen Wünsche des guten Abwasser gerne möchte. Einige haben manchmal wirklich Vorstellungen, wie das Bild aussehen möchte, wobei wir dann immer sagen, dass wir auch immer so eine eigene kreative Darstellung auch machen. Gucken wir natürlich, dass wir das Kind, hängt davon ab, wie alt das Kind ist. Wenn es jetzt ganz neu geboren ist, zwei Wochen schlafen die Kinder ja meistens. Vor verschiedenen Hintergründen, alleine, aber auch mal gerne nur mit den Händen der Eltern oder auch nur mit Mama oder nur mit Papa. Also verschiedene Aufnahmen macht vor hell und dunklen Hintergrund. Da gibt es auch viele klassische Sachen, die man gerne öfter macht, weil das einfach zeitlos schön ist und da auch oft mit mehr oder weniger Licht. Wie gesagt, so ein Shooting dauert ungefähr 30 bis 45 Minuten und wir sind in der Regel bei den Aufnahmen auch zu zweit. Gerade bei Kindern macht jemand die Kamera oder fotografiert, macht die Aufnahmen, während eine zweite Person das Kind animiert, sich um das Kind kümmert. Funktioniert in der Regel am besten zu zweit. Wir haben verschiedene Utensilien auch für Kinderaufnahmen. Da wären ja zum Beispiel alten Lederkoffer, wo man das Kind reinsetzen oder reinlegen kann. Verschiedene Sitzkisten, alte Holzkisten. Schön ist natürlich bei Mama oder auf dem Arm vielleicht mal oder bei Papa, auf einem freien Oberkörper. Das Kind davor, das ist natürlich ein schöner Hintergrund. Verschiedene ja, Utensilien sind eigentlich immer mit dabei. Auch für das Kind, mal eine Mütze aufzusetzen. Aber ich finde, Hintergründe sollten möglichst klar und gut begreifbar sein und eine gute Trennung zum Kind haben, damit es einfach nicht zu unruhig und zu ablenkend wirkt. Nach dem Shooting kriegt der Kunde die Bilder online freigestellt, eingestellt, dass er von zu Hause sich die Bilder angucken kann. Dann geht es so, dass er dann von da aus auch die Bilder direkt bestellen kann. Er kann entweder online bestellen oder auch telefonisch. Dann kann man auch gleich offene Fragen nochmal klären, wenn irgendwas ist. Und nach der Bestellung werden erst auch die Bilder retuschiert. Also die Bilder in der Online-Galerie sind nicht direkt bearbeitet. Man macht ein bisschen Bildausschnitte, man macht mal schwarz-weiß, mal Farbe, aber keine vollständige Retusche. Kleine Kinder haben oft ja auch so kleine Hautschuppen oder Hautrötungen und solche Sachen. oder sappern gerade mal auf dem Bild. Das wird natürlich dann auch retuschiert. Wenn mal irgendwie ein Fehler zu sehen ist, also ein Fehler mal ein Haar absteht oder wirklich durch die Perspektive in der Steckdose zu sehen ist, das retuschieren wir nachher im Bild. Und dann wählt er aus, bestellt bei uns, dann bearbeiten wir die Bilder und im Regelfall eine Woche nach der Bestellung kann der Kunde sie dann abholen bei uns im Studio. Entweder er bestellt das als Bild, Leinwand, Aludibond, Acryl oder als Datei, weil er gerne die Bilder digital haben möchte, um selber individuell Züge machen zu können. Kann natürlich auch bei uns, kann das aber auch überall anders. Die Bilder werden in einer hohen Auflösung abgeliefert, sodass der Kunde individuell die Möglichkeit hat, zu bestellen. Bei uns können wir wunderbar Passbilder machen. Wir haben ein Gerät, ein VST nennt sich das. Die Firma VST aus Saalfeld hat ein Gerät, wo man Fotos machen kann und direkt mit den Kunden zusammen auf dem Bildschirm sich die Bilder angucken kann, also mehrere Auslösungen und dann wählt man zusammen das Beste aus. Oft ist es jetzt einfach biometrisch. Das muss natürlich bestimmte Kriterien erfüllen, damit es biometrisch ist, aber auch zum Beispiel jetzt ein freundliches Passbild oder auch ein Bewerbungsbild, wo natürlich eine größere Auswahl und auch eine andere, bisschen andere Lichtsetzung, wie bei einem biometrischen Bild ist. Das können wir alles so sofort machen. Man kann die Bilder analog sozusagen als Bild mitbekommen, man kann es auf CD bekommen oder beides zusammen. Es ist ja nicht nur wichtig, ein gutes Schaufenster zu haben, wo man doch auch wieder merkt, wie oft man auf dieses Schaufenster angesprochen wird, sondern auch das Schaufenster nicht lokal sozusagen im Internet ist für uns natürlich unsere Homepage. Die muss wirklich gut sein und natürlich auch den Kunden direkt ansprechen. Wir sind eigentlich fast im Zentrum Schwartaus, gegenüber vom ZOP, vom Kino. Wir sind direkt zum Parkplatz. Dadurch kann man direkt vor der Tür parken und mit dem Fahrrad kann man das eigentlich auch sehr gut erreichen. Also alle Verkehrswege sind in dem Sinne ganz gut offen für die Anreise. Nur man muss darauf achten, in Schwartau immer die Packscheibe einzulegen. Ich freue mich, wenn wir uns in der Rathausgasse zu einem Schuldigen treffen würden. Also alle Verkehrswege sind in der Rathausgasse zu einem Fahrrad sind. Ich bin Hannover-Geräusche. Ich bin jetzt in der Rathaus-Geräusche. Ich bin jetzt in der Rathausgasse zu einem Süßgensteiger oder die Rathausgasse zu einem schönen, sondern auch zu einem hollersschers und den Rathausgasse, aber seine Rathausgasse zu einem Hintergrund haben, wenn er auch einen Griff anzügel am Rathausgasse zu einem